Mein Name ist Sascha Rabe und ich habe einen Vlog gemacht zum Thema ETFs und dann waren ganz viele Menschen ganz aufgeregt und haben gesagt, ja es gibt doch wissenschaftliche Studien, dass viele Investmentmanager, Fondsmanager nicht mal den Index schlagen und dann haben die da auch Zeitungsartikel und Links dran gehängt an der Stelle. Meine Aufgabe ist als Vermögensberater nicht, jeden Fondsmanager, den es gibt und davon gibt es gute und weniger gute, jeden Fondsmanager zu hypen und zu sagen, die machen das alle super, das ist nicht meine Aufgabe, das möchte ich auch nicht tun. Es ist auch nicht meine Aufgabe zu sagen, alle Investmentfonds sind toll und alle ETFs sind weniger toll, das ist auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, aus den Finanzprodukten die rauszusuchen, die zu den Depots meiner Kunden passen und die den Index schlagen. Das ist meine Aufgabe, dafür werde ich gut bezahlt und wenn du mehr darüber wissen willst, dann ruf mich an, dann schreib mich an.